Bad Grönenbach Bad Grönenbach ist eine Kleinstadt im Unterallgäu. Der Kneippkurort liegt an der schwäbischen Bederstraße. Hintergrund Die erste urkundliche Erwähnung von Grönenbach stammt aus dem Jahr 1099. Ursprünglich hatte Grönenbach einen eigenen Ortsadel, der jedoch im 12. Jahrhundert ausstab und vom Adelsgeschlecht Rotenstein abgelöst wurde. Die Herren von Rotenstein regiert über Grönenbach bis 1482, danach ging die Herrschaft an die Pappenheimer über. Die Reformation nach Kelvin fand in Grönenbach 1559 durch Philipp von Pappenheim 1619 statt. Dadurch existiert in Grönenbach eine der ältesten reformierten Gemeinden Deutschlands. In der Zeit von 1612 bis 1695 regierten die Fugger in Grönenbach. Diese gelangten durch die Heirat an den Besitz der Ortschaft. Ab 1695 bis zur Säkularisation 1803 war Grönenbach zum Fürststift Kempten zugehörig. Seit 1803 ist Grönenbach bayerisch. Die Marktgemeinde Grönenbach wurden 1954 als Kneippkurort anerkannt, seit 1996 gilt sie als Heilbad. Mit dem Flugzeug der nächstgelegene befindet sich im 25 Kilometer, in nördlicher Richtung. Entfernten Ort Memmingerberg. Die weiteren Flughäfen um Bad Grönenbach befinden sich in, 103 Kilometern entfernt, 148 Kilometer entfernt und in, 160 Kilometern entfernt. Mit der Bahn Bad Grönenbach liegt an der Bahnstrecke der Illertalbahn zwischen Ulm und Kempten, der befindet sich im 3 Kilometer östlich liegenden Ortsteiltal. Auf der Straße die Ausfahrt liegt zwischen Bad Grönenbach und Tal. Sehenswürdigkeiten Das Wahrzeichen Bad Grönenbachs ist das im 12. Jahrhundert erbaute Hohe Schloss. Es bildet zusammen mit dem Schlossberg eine Einheit. Seit 1384 war das Hohe Schloss der Sitz der Herren von Rotenstein, ab 1482 der Sitz der Herren von Pappenheim. Später, 1613, ging das Hohe Schloss in den Besitz der Fugger. Ab 1695 bis zur Säkularisation gehörte das Hohe Schloss der Fürstabtei Kempten. Nach der Säkularisation war ab 1803 ein königlich-bayerisches Amtsgericht im Hohen Schloss untergebracht. Später wurde das Hohe Schloss von Dominikus-Ringeisen erworben und von den Ursberger Schwestern bewohnt. Das Hohe Schloss wurde 1996 vom Markt Bad Grönenbach erworben und wird seitdem und andere für Ausstellungen und standesamtliche Trauungen genutzt. Im Rahmen von Führungen kann das Schloss besichtigt werden. Ein historisches Fest ist der Mittelalter Markt anno 1525 im Hohen Schloss zu Bad Grönenbach, der von dem Verein Die Schwarze Schar E.V. veranstaltet wird. Der historische Hintergrund ist die Proklamation der zwölf Artikel in Memmingen während der Bauernkriege, die erste schriftliche Einforderung von Menschenrechten auf europäischem Boden. Im Hohen Schloss finden von April bis November einmal monatlich Führungen statt. Es wurde 1563 als Witwensitz von vier Brüdern derer von Pappenheim erbaut. Später waren pappenheimische Beamte, sowie Beamte des Fürststifts Kempten hier untergebracht. Während der Säkularisation wurde das untere Schloss 1803 durch den bayerischen Staat eingezogen und gelangte später in Privatbesitz. Das untere Schloss befindet sich seitdem in Privatbesitz und kann nicht besichtigt werden. Sie wurde im 11. Jahrhundert erbaut und war der Stammsitz derer von Rotenstein. Später ging die Burg im pappenheimischen Besitz über. Im Dreißigjährigen Krieg war die Burg Hauptquartier des schwedischen Feldmarschalls Karl Gustav Wrangel. Am 9. März 1873 stürzte die Burg, vermutlich aufgrund einer Erdsenkung, ein. Von der Burg, an der Grenze zwischen dem Allgäu und Oberschwaben, besteht nur noch eine Ruine. Die römisch-katholische Kirche wurde erstmals am 27. Mai 1136 geweiht. Danach folgte ein gotischer Neubau, der am 15. Oktober 1445 geweiht wurde. Von der Vorgängerkirche ist die romanische Krypta erhalten. Am Ende des 16. und Anfang des 17. Jahrhunderts wurde die Stiftskirche als Simultankirche genutzt. Im Jahr 1663 wurde die Stiftskirche barockisiert. Innerhalb der Stiftskirche sind eine Reihe kunstvoller Epitaphien des ehemaligen Ortsadels angebracht. Die oberschwäbische Barockstraße führt mit ihrer Ostrute durch den Kurort, auch die schwäbische Bederstraße und der bayerisch-schwäbische Jakobusweg führen durch den Ort. Die Kirche wurde 1479 gestiftet. Während des Dreißigjährigen Krieges wurde die Kirche 1633 zerstört. Ab dem Jahr 1649 wurde die Spitalkirche den reformierten Gläubigen, nach längeren Auseinandersetzungen, zum Gottesdienst überlassen. Ab dieser Zeit wurde die Spitalkirche wieder aufgebaut und ab 1. Aktivitäten Bad Grönenbacher Nordic Fitnesspark Schloss Aktivpark Mittelmarktplatz 5 1334 987 2118 Untertal 11 A Telefonnummer plus 49 08 3334 98 84 11 Bad Dose, Allgäuer Straße 27 Telefonnummer plus 49 08 3334 98 97 97 570 Bad Dose, Allgäuer Straße 27 Telefonnummer plus 49 08 334 98 97 570 gehoben Sebastian Knall, Allgäuer Straße 27, 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 Allgäuer Straße 97, Allgäuer Straße 27, Allgäuer Straße 27 445 Unterkunft in Bad Grönenbach befinden sich Unterkünfte vom einfachen Gästezimmer bis zum 4 Sterne Superior Hotel. Ausflüge Radrunde Allgäu, Bad Grönenbach ist eine Station auf dem Radfernweg dessen südlichste Station Oberstdorf ist. Geführte Radtouren um Bad Grönenbach, die Kur- und Gästeinformation bietet einmal wöchentlich Radtouren rund um Bad Grönenbach an. Die Dauer beträgt ca. 3 Stunden. Kneipp Radweg, dieser verbindet die Kneippkurorte Bad Wörishofen, Ottobeuren und Bad Grönenbach. Er hat eine Länge von 50 Kilometern und verläuft größtenteils auf asphaltierter Strecke. Ottobeuren, 12 Kilometer, Basilika St. Alexander und Theodor mit Klosteranlage. Buxheim, Schwaben, 21 Kilometer, Kloster Buxheim, ehemals Katthäuser Kloster, Nah-Erholungsgebiet Buxheimer Weiher, 4 an der Zahl. Im Winter, Schlittschuhlaufen auf den Weihern, Campingplatz. Illabeuren, 12 Kilometer, Schwäbisches Bauernhof und Schützenmuseum.